Ja, ich würd sagen wir, äh, 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 Lachs mal ganz kurz rein. Komm, wir gucken mal. Oh, ne, das ist Twitch. Am Limit. Das hatten wir jetzt. Was waren denn das? 100 Milliliter Schlagsahne? Schlagsahne. Los, renn, Junge. Ich komm nie durch, ich komm nie durch. Ich komm nie durch. Nein. Nice, der kommt aus Sachsen und der sagt, oh, ich komm nie durch. Nein, das reicht nicht für mich. Das reicht nicht für mich. Das ist in Sachse. Das reicht nicht für mich. Ich versteh das nicht, warum man das macht. Jetzt mal keinen Scheiß. Warum klopft man an seiner Tastatur so rum? Also, es ist mir ein absolutes Rätsel, warum man seine Tastatur dann beschrottet. Wegen Fall Guys. Fall Guys ist ja nun wirklich kein Spiel, was man spielt, wenn man sich auf und man sich dann aufregt. Das geht gar nicht. Reinkommen. Einfach mal kurz, äh, Paypal brennen lassen. Hä? Was, der hat erstmal ein Foto gemacht? Warte mal, was? Warte, warte, warte. Hat die gerade einmal nur ein Foto gemacht? Mal kurz, äh, Paypal brennen lassen. Hä? Ich finde, das ist... Hä? Hä? Warte mal ganz kurz. War das, war das gerade bloß drauf? Betrachtet, dass, äh, dass er gerade eben, äh, äh, fotografiert wurde? Und er dann angezeigt wird oder so? Oh, ein sehr besonderer Mann. Wird gerne kurz ne Rede, ne Rede. Ne Rede würde ich gerne kurz halten. Ne Rede. Bräuchte ein neues Glas, Herr Kellner. Danke, Erik. Frisch ich. Oh, unangenehm. Ah, so. Jetzt auch. Ja, es ist ein Grund, warum ich das Spiel nicht spiele. Weil er es einfach lost ist. Es ist auch ein Grund, warum ich Monte einfach nicht schaue. Weil er lost ist. Gehörst du auch zu den Streamern, die nur erfolgreich geworden sind, weil sie einen Crash auf Papa Platte haben? Ich wünschte, I guess, aber leider nicht. Ich mach's jetzt hier noch offen. Ich hab mich in Kevin verliebt. Kevin, ich will dich heiraten. Ich will deinen Schwanz in mir spüren. Geh's mir nicht mehr aus dem Kopf. Bin an Zeit verlieren. Bitte bleib bei mir. Findest du Papa... Warte mal, ist das auch... Pass auf, von Wetten, das ist jetzt auch so eine, die jetzt bloß das sagt, jetzt mit... Ich hab Crush auf Papa Platte und ich würde den so gern oder... Oder wie bei... Wie bei der ein und unsympathisch TV. So, ich... Äh, warte. Irgendwas mit durchnehmen oder so. Ich möchte das... Echt unangenehm. Papa Platte, geil. Äh, ich würde den am liebsten Daddy-Platte nennen und ich glaub, damit, äh, hat sich die Frage beantwortet. Da wär... Junge, das machen die halt mit Absicht, um da jetzt mehr, mehr Zuschauer zu geiern. Das ist halt, also das ist halt obvious einfach. Ist genau das gleiche, was die andere mal gesagt hat oder zumindest in einer abgespeckten Form. Unangenehm. Da werden wir wahrscheinlich nicht auf einen Nenner kommen. Nein. Elena Call, stimmt. Stimmt, stimmt, vergessen. Wir rufen die an, natürlich. Achtung, ich hab ihre Nummer... Äh, ich weiß nicht, ob die überhaupt drangeht. Nicht, dass die halbnackt drangeht. Ja, da hat man die Nummer gelegt, ne? Von, von der. Warte mal. Hier ist Knossi, der echte! Scheiße, Alter. Jetzt doch ihre Nummer gelegt. Hallo? Ich bin da? Wirklich meine Nummer. Hä? Ey, wir haben wirklich meine Nummer. Du hast wirklich geleakt, Digga. Oh nein, ich idiot bleibe. Lukas, nein. Ah, ja, dann fick deine Mutter. Ich glaube, ich hab den mal woanders gesehen schon. Hose auf. Yes, sir. Ich erinnere mich an diesen Porno sogar. Ich erinnere mich sogar an den. Alter, du Hula, was? Bist du live? Willst du ihn kaufen? Die Frau würde ich kaufen. Die Hose. Hä, was hatten die hier hinten am Arsch? Hä, seht ihr das? Was ist das? Ist das ein Taschentuch am Arsch? Also ist da was angeklebt? Was ist das? What the fuck? Ach, das ist der Blade. Oh mein Gott, das ist das Blade-Ding. Der Pause-Button ohne Sche... Ey, no joke. Ich dachte einfach gerade wirklich, da ist irgendwas. Am Anfang dachte ich, das ist wie so ein kleines Tuch oder so. Ja gut. Das kann man nicht wissen. Ohne Scheiß, das sieht täuschend echt aus. Ja, für deine Frau. Ja. Ja, dann kann deine Frau ja die Hose... Hey, das sieht einfach aus, als wäre da ein Blatt hinten dran. Das sieht aus, als wäre hier ein Blatt dran. Das kann man nicht ahnen. Ja, egal. Scheiße. Das ist cool. Oh, warum begrüßt du mich? Ich muss... Guck jetzt, wenn ich ein Bild. Hallo. Okay. Du kannst eigentlich schon fertig. Du kannst eigentlich schon rüber gehen. Was soll das? Alter, was soll das? Bist du total klein, ja? Das war Wasser mit Spaß. Ich hab das so runtergeschoben. Hey, er kann doch Wodka einfach sagen. Ist doch gar kein Problem. Ist Wodka werbeunfreundlich? Kann mir keiner sagen. Chat. Mindest... Mit 37,5% jetzt ex. Kordon Bleu hat dich getwiltet. Oh Gott. Kordon Bleu einfach. Was ist das nochmal? Das ist dieser Joghurt, ne? Die Gründe. Ey, Alter, das ist wirklich... Also, Kordon Bleu ist... Das ist der Joghurt einfach. Warum so viele Menschen unsere... Er meint eigentlich Sküren mit Joghurt. Joghurt lecker finden, sind ganz einfacher. Wer soll denn herkommen? I believe I can fly. Boah. Ey, ich weiß, was ein Kordon Bleu ist. Das ist ein Schnitzel mit Füllung. Das gehört zum Allgemeinwissen. Kul, wie kurz. Ach so. Digga, hä? Ich dachte, das... Drecks, Juser. Ich wollte mich gerade richtig aufregen. Oh mein Gott. Ich kriege auf das Getrollte und werde selber getrollt. Könntest du dich auch mal Sascha anfragen? Ich könnte mich halt auch einfach anzünden, so. Joghurt, was ist das für eine dumme Aussage? Ja, also die... Keine Ahnung. Ja, das ist doch die, die geiert auf Unsympathie. Oh, das Boot wackelt, Alter, von diesem Jetski. Was heißt das, man macht größere Yachtblatt? Hä? Oha? Oha? Ha! Was passiert, Digga? Der Bruder ist hier richtig schön, Alter. Nackt, Alter. Ih, nicht bitte nicht nackt. Ist das nicht der... Ist das nicht der Politiker? Wie heißt der? Platan, hast du gerade gejisst? Was geht? Also, das ist... Wie heißt denn der Politiker? Der sah genauso aus wie Helmut Kohl. Wie heißt denn der Christian? Christian Lindner. Ohne Scheiß. Das sieht aus wie Christian Lindner. Das ist Christian Lindner. Guckt euch mal das Gesicht an. Ja? Das ist Christian Lindner. Guckt euch mal das Gesicht an. Und jetzt guckt euch mal das Gesicht an. Und nochmal das Gesicht an. Das ist Christian Lindner einfach. Real Talk. Wir haben einfach rausbekommen, dass das Christian Lindner ist. Nackt, Alter. Platan, hast du gerade gejisst? Nee, was? Hä? Übel, übel offensichtlich, dass es Christian Lindner ist. Was geht? Ach so, das freut du noch. Oh, Platan, was habt ihr gemacht? Sag mal. Zeig mal. Sag mal. Das ist meine Tochter. Oh mein Gott. Oh, blöd, Alter. Lass beenden, Digga. Lass beenden. Ein Verteidigungsmove, wenn uns einer abziehen will. Das ist jetzt wirklich so schlussend. Ein Konzept. Videos, die keiner checkt. Check die Klicks. Ich mach Memes für die Kids. Ich stecke so viel Arbeit in die Videos. Sieht man das? Aktiviert die Glocke, damit die auch nichts verpasst. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.